Moin moin Freunde, was geht? Ja, willkommen zurück. Ja, ich war ein paar Tage inaktiv gewesen. Ja gut, ich mein, ich bringe jetzt ein Video raus. Ich will erstmal nur sagen, Dankeschön auf jeden Fall zu 600 Abonnenten. Ohne Scheiß, 600 Abonnenten haben wir geschafft. Da kann man's sehen. 600 Abonnenten, richtig nice, geil. Ja, auf jeden Fall freut mich das richtig und ich muss auf jeden Fall euch was bald wiedergeben. Ich hab ja gesagt, bei 500 werde ich was verlosen. Das wird jetzt die nächsten Tage bisschen dauern, bis ich jetzt dieses Special mache, diese 500-600 Abonnenten-Special. Seid schon gefasst, was ich da für Preise am Start habe. Das sind schon richtig tolle Sachen. Wer natürlich gegrüßt werden will von mir, der kann das dann gerne auch mal reinschreiben in die Kommentare. Aber egal, ich muss mich trotzdem bei euch bedanken, weil ohne euch wäre diese Sache nicht möglich gewesen. Also danke an euren Support, eure Unterstützung fürs Teilen, Liken, keine Ahnung, auf jeden Fall. Deswegen gibt's dann halt, wie gesagt, bald ein fettes Gewinnspiel. Und dann würde ich sagen, Leute, viel Spaß bei der Flohmarkt-Hall, also der Flohmarkt-Life-Hall. Und dann würde ich sagen, Leute, bis gleich. Moin Moin, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Flohmarkt-Harting-Tour von mir. Ich fahre nämlich heute einmal zu einem Kutterhafen. Das ist nämlich ein Dorum-Neufeld. Und das ist nämlich ein traditioneller Riesen-Flohmarkt. Und ich würde mal sagen, holen schnell Geld und fahren da hin, oder? Bis gleich. So, Leute, ich muss auf jeden Fall jetzt noch 23 Kilometer fahren, bis ich da ankomme. Und, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo hier, macht die Glocke an, guckt mal liebend von Tunus vorbei. Und mal gucken, was gleich da los ist. Ich sag mal, das Wetter ist bewölbt, aber es ist nicht am Regnen, ich fände es auch super. Und scheiß, regnet das hier, Mensch. So, Leute, da sind wir jetzt da. Komischerweise ist hier kein Regen, Gott sei Dank. Hier ist auch sogar schon ein bisschen Sonne, kann man eine Sonnenbrille tragen. Da ist ein Graben und da ist ein Maisfeld. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich laufe jetzt zum Flohmarkt, der ist hier vorne. Ich dachte, wir wären hier am Kutterhafen oder ist wir auch am Kutterhafen. Ich weiß das nicht, aber ich nehme auch hier auf jeden Fall damit hin. Und bleibt viel Spaß. Ich weiß das nicht, aber ich weiß das nicht. Ja, Leute, ich war jetzt hier auf dem Flohmarkt gewesen und ich muss sagen, ja, das war privat, das wusste ich gar nicht. Ich war auch in der Zeitung ausgeschrieben und es stand auf traditioneller Flohmarkt. Ich dachte, das wird der nämlich am Kutterhafen. Aber immerhin habe ich trotzdem so ein paar ganz gute Sachen gefunden. Ich habe ein bisschen Geld mitgenommen, weil ich dachte, das wäre der große Flohmarkt. Der ist aber leider im Frühjahr. Aber auf jeden Fall hat sich das doch gelohnt. Ich habe nämlich jetzt hier gerade ganz schön viel Lego gekauft, Lego Duplo für meinen Sohn und so weiter. Für 30 Euro habe ich alles gekauft. Das ist ein Eisenbahn-Set. Und wer weiß, ganz ehrlich, wer von euch Eltern ist, wer weiß ganz genau, wie viel so ein Duplo-Set wert ist. Das sind zwei Kisten, die ich noch dazu bekomme. Ja, dann bin ich weiter und dann habe ich mir so eine ganz coole Retro-Vintage-Taschenlampe gekauft von Krohn. Ist sogar noch Western Germany drauf. Kann man wahrscheinlich jetzt hier nicht so super sehen. Aber ich fand die ganz cool, irgendwie vintage-mäßig, schon ein bisschen abgekrabbelt hier für 200 Euro. Ja, und dann, und dann, also Leute wissen wahrscheinlich ganz genau, was das vielleicht wert sein könnte. Es ist nämlich einmal das schwarze Auge, das Dorf des Grauens. Bemalte Figuren, ist wahrscheinlich komplett, hat ein bisschen geregnet, okay. Der Karton ist halt nicht der beste. Ist halt klar, das Spiel ist ja auch eigentlich echt alt. Und von Schmidt-Spiele, ich weiß nicht, wie alt ist das denn, was das hier sein soll. Und die Frage ist, ob das vollständig ist, das kann ich euch im nächsten Video beantworten. Das werde ich jetzt hier nicht rausholen, sonst fliegt das alles hier im Auto herum. Und ich würde sagen, Leute, vielleicht fahre ich jetzt zum nächsten Flohmarkt hin, weiß ich noch nicht. Mal schauen, was ihr mir die Sachen sagt. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Und ja, zum nächsten Flohmarkt-Hall-Video gibt es natürlich dann wieder was Tolles, was ich vielleicht ergattern werde. Vergesst nicht, ein Abo da zu lassen, wenn ihr da neu reinschaut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch in meiner Nerd-Community willkommen heißen könnte. Und dann würde ich sagen, Leute, bis denn und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!